moin moin willkommen der sheriff mal wieder hier und heute mit einer kleinen besonderheit einem warthunder let's play das ist deshalb was besonderes weil es in diesem falle gegen einen anderen youtuber geht in meinem fall hier ist das der german common gamer das ist ein let's player der verschiedene spiele anzockt schaut mal auf dem kanal vorbei ist in der beschreibung drin mein netzwerk tgn hat dazu aufgeforderten warthunder event zu machen und da habe ich mir gedacht da machst du einfach mal mit das macht spaß und das ergebnis seht ihr jetzt vor euch die youtuber fordern jeweils ihre community auf einem team aufzubauen ich habe mal auf facebook geschrieben wenn ich dazu lust hätte da haben sich ein paar leute gemeldet dann habe ich noch ein paar leute so aus meinem klar mit dabei gepackten paar leute kennt ihr auch zum beispiel dravenhawk den hering die habe ich alle damit reingeholt und dann haben wir losgelegt da mein gegner nicht immer ein volles team bieten konnte haben wir dann einfach immer die spieler ein bisschen hergeswitcht ein bisschen ausgetauscht so dass wir immer gebalancte teams haben sollte euch das spiel gefallen und möchtet ihr es mal ausprobieren ich kann es nur empfehlen da mal reinzuschnuppern dann ist in der beschreibung ein link da könnt ihr euch anmelden und dann könnt ihr da mal rein schnuppern wir haben hier die ganze zeit arcade gespielt verschiedene modi ich werde dann die teile die ich aufgezeichnet habe einfach nach und nach hochladen jetzt wünsche ich euch aber viel spaß beim schauen man sieht sich bis dahin 12 hängte 112 112 war das ist ein frühstück ja am frühstück ne wobei ich muss sagen die hängte 112 was ist denn das die b2 die ist richtig gut mit den zwei 7,62 und der 25 ist der f6 f nicht ein höheres tier eigentlich? f6 f ist tier 2 echt? die f6 ja 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 die hellcat und nicht die dings ja die hat doch so ein die bärcat ja die böse ist die f8 f oder f7 war nicht da unten der ist eigentlich gut gefressen eben nicht braven hat keine lust gehabt bei c zu landen ist c immer noch offen? ja der schießt ja schon 112 schön der stalled doch ich stürze mal auf den Kartoffelsalat ja ich hab ihn jetzt weggehendockt aber gut oh 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 der hängte 112 hinten rum Vorsicht oh den hab ich nicht gesehen wo kommt der denn her danke sehr sehr gut da war vorne noch einer der ist kuh rum oder so ne der ist kuh rum hinten bei unserem airfield quasi da bei den bodeneinheiten das ist eine komische treffaanseige bodeneinheiten sind erstmal wurst gerne ich hab noch ne Ilyushin 2 eingepackt falls die bodeneinheiten dann bei c ankommen jup wir ändern den und uns aha ein grosskabin war zu leer ich muss nachladen oah wer kommt mich denn erfasst maverick maverick ja äh spitfire oben links oh kacke hinter dir Cäsar 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 Drehersort Leuke hinter dir ist einer ja ich merk's ok bin dran danke hab aber nicht mehr zu nie spitfire mit ran ah jetzt wär ein guter moment bei c zu landen falls einer gerade nicht engaged ist C zu landen wer wohl mach ich ok ich bin grad auch frei und ich muss nachladen ok ich hab mich drei weggeschossen gerade ich hab's grad gesehen du hast mir auch den Arsch gerettet da zwischenzeitig 109 kommt spitfire kommt wir haben nachladen brauche ich lande ok du landest jetzt dann geh ich statte ich durch mal weiter ey guck da kommt auf Quartier wie ich der ring hinter dir ja den hab ich nicht gesehen du bist schon weg ollie und ich sind schon dran ah hinter mir oh den hab ich nicht gesehen naja er ist oft durchgekommen einer er hat abgedreht bist du down ja ok das hack ist weg ok ist down lieb er gucke spitfire und BR 109 Mist meine schöne spitfire ja die 109 geht frontal auf mich ja das ist meine schönste spitfire auch weg ja das ist immer die erste halt oben ist ein bomber ah man ah spitfire ja ja den bomber ist auch weg wir sind hinter dem ersten hergegangen der fällt und dann war keiner auf der Split ja doch ich war auf der Split nicht so gierig nicht immer alle auf einen ja die haben noch eine Bomber die Bomber ein bisschen weg damit die unsere Bodeneinheiten nicht verschirren ach Bodeneinheiten sind Wurst solange wir deren auch platt kriegen ist okay ja gepflegt gerade eine Ju sie wacht sich genau auf mich ja ich geh gleich drauf da kommt auch noch ein zweiter die hat nicht genug firepower oh wenn sie trifft dann trifft sie ja aber es ist keine G ja aber es ist keine G die hat die 37er oder was ja 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 wir weiß es auch die G ist tier 3 habt ihr den ein bisschen angesnackt ich gehe hoch da schon eine P39 ist in der Luft ja ziemlich hoch wurde schon ordentlich gelitten gerade bei mir dann fliege ich jetzt nochmal neu rein ich brauche einen der so ein bisschen meinen Hintern covert dabei hast du dann? hängen schon wieder alle hinter einem weg ich hab das doch angekündigt ups 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 aaaaaaah hä? geh auf die P36 mit habst du kurz angehltet? ja ich auch boah aber ich bin noch dahinter ja ich hab wechsel ja ich hab wechsel drittischen Treffer drittischen Treffer dritt und Heinkel kommen rein ja ich seh es hab sie Ever kommt direkt die kommt auf mich glaub ich ja die kommt frontal auf mich oh das ist ein B ich muss aufs Weichen hehehe ne italienische kommt Flieger kommt irgendwie bei Scherge ah den hab ich nur ordentlich angehittet den hab ich auch gecritted und alles dann mach ich ihn dann kill ich die Pipperoen dann kill ich die Pipperoen sag mal hinter mir ist auch irgendwas ich bin hinter der B0 bin ich jetzt hinter gleich oh da auch noch was noch was noch was noch was noch was ja viel Splitfeuer hab ihn gut habt ihr ihn hinter mir oder jetzt muss ich erstmal wieder Energie auftanken hier ne ich bin down ah das ist meine schöne Spitfire auch weg ja der Spitfire der Sack der hinter mir ist hä was 3km Hering dann bin ich bei dir jetzt erwischt ich bin gleich hinter ihm hab ihn wie er brennt hab ihn aussteigen lassen ok ich steig zum Bomber hoch kommen die echt mit einer 111 ey ja da hinten ist noch eine 111 ich bin auch schon nah dran aber ja der macht grad wilde Manöver der will sterben gut gehittet bereits kann jemand die B0 übernehmen ich muss nachladen ja hab den Bomber genau kommen wir nachladen dann muss ich jetzt auch nachladen D0 ich komme D0 ich komme D-Tower 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 undo oh die haben hier einen Charlie eingenommen ja bemnd daran Scheiße Man geht nicht down das hier nicht auf welchem bist du gerade dran oh hier ist ra richtig was los hier immer noch die B0 Ey hier ja. wir haben auch eine Position verloren Ja, wir müssen zusehen, dass wir das reinnehmen hier. Alter, diese kleinen Mini-Kaliber, ich rieche den nicht platt. Wir wechseln gleich auf die Deutschen wieder. Ich hab den endlich. Komm zurück zum Schlachtfeld. Boah, was da los ist. Alter, der fliegen zwei Flugzeuge zu unserem... Nee. Der in der Hurricane sieht ziemlich schlecht aus. Der ist gerade zwischen vier Leuten. Ich verteile dir gerade meine Kugel regelmäßig auf zwei verschiedene Flugzeuge, je nach Wendung. Okay. Oh nein! Oh nein. Ja, gut, was machst du denn? Ich weiß auch nicht, da kam einer von vorne. Ganz fies. Ja, das war ich. Okay. Ich bin nach links weggezieht, weil du den haben wolltest. Ich war noch... Okay, jetzt sollte ich schnell wer landen. Ja, ich versuch's, aber ich hab direkt den Gegner über mir, ne? Ja, aber mittlerweile haben die sich ein bisschen verdünnisiert, da ist jetzt kurz mal Zeit, da durchzufliegen. Du musst übrigens nicht in Landebahn Richtung landen, du kannst auch quer dazu anfliegen. Ja. Das ist gleich, wenn du im Acker da liegen, dann alles. So kann ich so klein länger rollen. Fuck, ich hab meinen Motor zu haben. Das ist 109... Ah, scheiße. 109F fliegt auf dich an. Ja, ich geh auf die drauf, auf nach oben. Ich versuch sie abzufangen. SCF kommt auch. Das fliegt auf mich jetzt. Hat mich um entschieden. Hat mich gerammt, aber ich... Hat mich gerammt, aber... Ich fliege noch. Jetzt da unten, also. Gut, dann lande ich jetzt. Ähm, ich komm mal mit Raketen, dann kann ich vielleicht die Bomber wegmachen. Ja, ich hab auch... Ja, der B-25 ist recht hoch. Mann. Ist das bei der Tiffy auf Tour? Ja. Okay, ich auch. U-780 kann man auch. Hurricane? Kommt rein. Die Bodeneinheiten sind schon hier, ich kann nicht mehr einnehmen, wir müssen die Bodeneinheiten weghauen. Ja, ich konnte eben auch nicht einnehmen, deswegen... Ach, Mann. Ja, dann sag das doch. Da ist ein Medium Tank, da muss jetzt alles drauf. Auf die AAA kriege ich selber weg. Ich hab keine Worte mehr. Ich muss eben, ich hole den B-25 weg, dann hab ich noch ein paar Wege in den Überricht. Schoße. Wann weiß man, dass man das Ding wieder einnehmen kann, oder nicht? Wenn die Bodeneinheiten weg sind. Alle weg? Ja. Okay. Hauptsache der Medium Tank kommt weg, den kriege ich selber nicht. Kuff, ich krieg hier nicht ein. Oh ja, scheiße. Ich, ich dreh ab. Ich muss die Bodeneinheiten wegmachen. Woa. Der hat ja auch von sie für NGs. Einer, die fliegen rechts zu dem anderen Punkt auch noch hin, letzterweise. Oh, ihr seid da beide schon. Äh, ich geh auf den Medium Tank. Sehr gut. Wir revivieren währenddessen die Flugs. Ich hab ne 110 hinter mir. Ich bin dran, bin dran. Ein Medium Tank ist kaputt. Gut, dann hab ich jetzt die letzte Flug, wir können wieder einen nehmen. Ich probiere euch auch direkt mal, ich bin ansonsten eh schon am Arsch. Gut, ich bin eh schon am Ohne-Motor-Latten. Oh fuck. Aber ich glaub, ich bin zu weit weg von dem Flughafen, als ich da irgendwas mache. Leuko, hinter dir kommen zwei Gegner. Ja, ich kann doch nicht einen nehmen gehen. Die holen sich A. Einen hab ich von denen. Schnell zu A, einer der grad gespawnt ist oder so. Ja, über 718. Boah, ich will nicht klassisch zu B. Einer der grad hoch ist am besten. So schnell zu B runter kann. Mach das, ich bin der der White Cat. Kurfürst, kannst du zu B fliegen? Ich bin auf Richtung A, ja. Ich bin dabei, ich bin dabei. Es sind zwei Feinde bei A. Einer scheint abgestürzt zu sein dabei. Es sind zwei Bomber, eigentlich muss ich mal einen 80, einer. Ja, die SM-79 ist noch in der Luft. Ehring landet schon mal B. Wir können hier den Flughafen einnehmen. Vorsicht, die Echo kommt an. Ja, ich bin schon dabei. Habe ihn, habe ihn. Boah, das war knapp. Sehr gut. Ich kann jetzt auch noch A holen. Dann haben wir es. Ja, ist gut. Du siehst, mein 80 ist down? Ja, die habe ich im Frontfight gekriegt und die SM ist abgestürzt. Ja. Es gibt nur noch Monty, ja. Es gibt nur noch Monty, ja. Es gibt nur noch Monty. Der Monty steht aber am Boden hier schon noch. Die habe ich jetzt mal komplett zerlegt. Das haben wir im letzten Augenblick gemacht gewonnen. Ach, das war knapp. Ha, nice. Gut. Und Ende Gelände. Ah, ich bin zufrieden. Einen Tod. Kann sich sehen lassen. Ach, Quatsch. Das ist ja Team-Chat. Ja, ich auch. Hey, wieso habe ich ihn denn tot? Ich bin doch nur einmal abgestürzt. Also, hä? Gilt manchmal auch als tot. Ich weiß es auch nicht. Ja, it's magic. Ja, it's magic. Ich zei keine magic. Was? 0 Punkte? Hä? Oh, 6 Kills. Ich bin zufrieden.